Ich studiere in Dortmund, weil ich hier die Möglichkeit habe, in zukunftsorientierten Unternehmen erste Praxiserfahrungen zu sammeln und so optimal auf den Arbeitsmarkt vorbereitet bin. Eine Vielzahl von national und international operierenden Unternehmen aus allen Branchen bieten den Studierenden in Dortmund die Möglichkeit für studienbegleitende Praktika, Nebenjob und den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Ich studiere in Dortmund, weil ich mir das Leben in Dortmund gut leisten kann. Mit vielen Studentenwohnheimen in direkter Campusnähe bietet Dortmund seinen Studierenden kostengünstige und komfortable Unterkünfte. Durch einen durchschnittlichen Mietspiegel von 4 Euro pro Quadratmeter im Stadtgebiet sind die Mieten in Dortmund vergleichsweise günstig. Das ermöglicht vielen Studierenden das Gründen einer Wohngemeinschaft oder das Beziehen der ersten eigenen Wohnung. So prägen die Studierenden das Leben in Stadtteilen wie zum Beispiel dem Kreuzviertel, Dortmund-West und der Nordstadt. Durch das gut ausgebaute Nahverkehrsnetz und die gute Infrastruktur sind die einzelnen Hochschulstandorte von überall gut zu erreichen. Ich studiere in Dortmund, weil ich hier das passende Studium zu meinen fachlichen Interessen und Stärken finde. Dortmund bietet mit 118 Studiengängen in 30 Fachbereichen und Fakultäten an zwei staatlichen und zwei privaten Hochschulen eine große Auswahl an Studieninhalten. Die TU Dortmund verbindet die akademischen Traditionen mit aktuellen Forderungen an die Qualität der Lehre. Sie bietet ihren Studierenden exzellente Studienbedingungen in einer Vielzahl akademischer Einrichtungen und Forschungsinstitute, die mit innovativen Unternehmen aus Zukunftsbranchen verzahnt sind. Die Technische Universität Dortmund ist in der Tat eine einzigartige Universität. Bei uns widmen sich die Natur- und Ingenieurwissenschaften gemeinsam mit den Gesellschafts- und Kulturwissenschaften gerade den spannenden Fragen, die sich aus dem Miteinander von Natur, Mensch und Technik ergeben. So studieren zurzeit bei uns 22.000 Studierende und sie können wählen aus einem ebenso innovativen wie klassischen Angebot. Dazu gehören eben einzigartige Fächer wie Raumplanung, Statistik, Journalistik, Rehabilitationswissenschaften und eine breite Lehrerbildung für alle Schulstufen. Die Fachhochschule Dortmund bietet mit sieben Fachbereichen ein weites Feld an Studienmöglichkeiten. Hierbei steht stets der Praxisbezug und das direkte Vermitteln von Lehrinhalten im Fokus. Kleinere Studierendenzahlen ermöglichen einen engen Kontakt zu den lehrenden Professoren und Dozenten. Wenn Sie an der Fachhochschule Dortmund studieren wollen, so haben Sie die Auswahl zwischen Studienangeboten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Sie können bei uns technische Fächer studieren wie die Ingenieurwissenschaften oder die Informatik. Sie können künstlerische Fächer wie Design oder Architektur studieren. Sie können genauso die Sozialwissenschaften belegen oder im Bereich der Wirtschaftswissenschaften ein Studium absolvieren. Das Besondere an unserer Hochschule ist, dass alle Ausbildungsgänge sehr praxisnah, sehr anwendungsorientiert sind, dass viele Examensarbeiten entstehen mit Kooperationspartnern außerhalb der Hochschule. Die FOM bietet ihren Studenten die Möglichkeit des dualen Studiums und ermöglicht so das Studium Nebenberuf oder Ausbildung. Durch die Berufstätigkeit ist der finanzielle Rahmen gesichert. Darüber hinaus wird das Studium von vielen Arbeitgebern finanziell mitgetragen und ist steuerlich absetzbar. Wir bieten unseren Studierenden anwendungsbezogene Lehre, wissenschaftliche Methoden und persönliche Kompetenzentwicklung. Alles in allem direkt umsetzbares Wissen für ihren Beruf und studieren neben dem Beruf. Unsere Bachelor- und Masterstudiengänge finden nämlich Berufs- und Ausbildungsbegleitungen statt. Die große Anerkennung in der Wirtschaft und die ausgesprochen hohe Erfolgsquote unserer Studierenden bestätigen unser Konzept. In den modern ausgestatteten Räumlichkeiten der ISM bereiten sich die Studierenden in kleinen Gruppen auf den erfolgreichen Start in das Berufsleben vor. Je nach Berufsziel wählen Bachelor-Studierende neben den betriebswirtschaftlichen Grundlagen zwischen den Schwerpunkten internationales Management, Kommunikation und Marketing, Tourismus- und Eventmanagement, Finanzmanagement oder Wirtschaftspsychologie. Die Masterstudiengänge ermöglichen eine weitere Vertiefung der Management-, Marketing- oder Finanzkompetenz. Die ISM bildet Management-Nachwuchs für international tätige Unternehmen aus. Neben Auslandssemestern, Sprachtrainings und Praktika im In- und Ausland zählen insbesondere die Praxiserfahrungen unserer Dozenten zu den Erfolgsfaktoren eines Studiums an unserer Hochschule. Ich studiere in Dortmund, weil Dortmund viel zu bieten hat und eine tolle Stadt zum Leben ist. Dortmund bietet vielfältigste Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Die studentisch geprägte Kneipen- und Clublandschaft ist über die Grenzen von Dortmund beliebt. Darüber hinaus bietet Dortmund mit mehreren Theaterbühnen, Museen, dem Konzerthaus und der Westfalenhalle ein breit gefächertes kulturelles Veranstaltungsangebot. Der Westen Hellweg ist eine der beliebtesten Einkaufsstraßen der Republik und lädt zum Shoppen ein. Parks wie der Westfalenpark oder der Westpark prägen das Stadtbild. Dortmund – die richtige Stadt für ein Studium. bis zum入essen rôle, aber auch in der embossenen Artikel neben ihm. Richtig. Benità Bounce. IBeker Programmus in 0,500 A. 22 Vielen Dank.